Umprien ist eine Region Italiens mit 896.742 Einwohnern, die zwischen der Toskana-Platzium und den Marken liegt. Es ist die einzige Region Italiens, die weder eine Meeresküste noch eine Grenze zum Ausland hat. Der Trasimenische See liegt in Umprien. Hauptstadt ist Perugia. Die Region besteht aus den beiden Provinzen Perugia und Terni. Landschaft Umprien wird geprägt von ausgedehnten Bergrücken mit Weidewirtschaft und Ackerbau, Beckenlandschaften und Tälern mit intensiver Landwirtschaft und den ausgedehnten Gebirgszügen des umbrischen Abnins im Osten. Der im Montevettoret 2478 Meter SLM erreicht. Umprien verfügt über mehrere Flusssysteme. Den lebhaften Oberlauf des Tibat, den aus dem zerglüfteten Abhähnen kommenden Topino, der sich mit dem durch weitgehend unbewohnte Flächen zährenden Chiasquio vereinigt und den Nehrer, dessen Teil durch hügelige, malerische Landschaften geprägt ist. Nordwestlich der Hauptstadt Perugia, nahe der toskanischen Grenze, liegt der Trasimenische See. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel, überragt von sanften Bergrücken jenseits der 500 Meter. Geschichte Ursprünglich Bezeichnung des Siedlungsgebietes der Umbra, zwischen Etrurin und Adriaküste. Die Umbra waren ein Stamm der Eiteläcker und gegen 1200 V. CHR Eingewandert ab etwa 1000 V. CHR Etruskischer Einfluss Perugia war um 400 Mitglied des Etruskischen Zwölfstädtebundes. Städte der Umbra Ameria, Ariminum, Tifanum, Tiberinum, Aschissium, Iguvium, Interamna, Perusia, Spolicium. Wirtschaft Im Jahr 2006 lag das regionale Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, ausgedrückt in Kaufkraftstandards, bei 96,6% des Durchschnitts der EU 27. 20. 20.